Guten Abend, ich bin Nadja Bluss. Ich möchte gerne heute vorstellen Kerstin Schachinger von LinguaTV und heute geht es um Videos und das Thema lautet, wie bringen wir Videos ins Klassenzimmer und ich übergebe mein Mikrofon an Kerstin. Vielen Dank, Nadja. Können mich alle gut hören? Ich hoffe, ja wunderbar. Also herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Wie Nadja schon gesagt hat, mein Name ist Kerstin und ich bin von der Firma LinguaTV. Ich möchte mich gleich mal bedanken bei allen von euch, die bei unserem Video-Wettbewerb mitgemacht haben zum Thema das lustigste deutsche Wort. Die Videos könnt ihr auf unserer Facebook-Seite finden und da sind wirklich ganz tolle Ergebnisse dabei rausgekommen. Erfahren, wer tatsächlich gewonnen hat, werden wir allerdings erst im November. Was morgen passiert ist, das Voting ist morgen zu Ende. Das heißt, ihr könnt heute noch abstimmen und schauen, welches Video euch am besten gefällt. So, das heutige Webinar ist zum Thema, wie bringen wir Videos ins Klassenzimmer. Warum haben wir das Thema gewählt? Also, es erinnern sich sicher viele von euch noch an die Zeit, wo man im Klassenzimmer vielleicht ein Fernsehgerät hatte oder vielleicht ein Fernsehgerät pro Schule und es war nicht so einfach, Videos zu zeigen. Man brauchte eine VHS-Kassette, später dann eine DVD und heute ist es schon um einiges einfacher. Videos gibt es sehr viele im Internet, sehr viele tolle Videos und dann ist jetzt die Frage, wie können wir die allerdings im Unterricht auch wirklich verwenden? Und darüber möchte ich heute sprechen und ich freue mich auch auf eure Ideen und auf euren Input. Wenn jemand eine Frage hat, dann wollen wir das vielleicht alles zusammen am Ende nach dem Webinar machen und über den Chat regeln und wenn zwischendurch etwas unklar ist, dann kann man natürlich jederzeit eine Frage stellen. Gut. Hier sieht man sozusagen, was wir besprechen werden. Also, zuerst mal geht es darum, wie können wir Videos im Klassenzimmer abspielen, welche Technik brauchen wir, welche Kabel brauchen wir und welche Tricks gibt es, wenn man vielleicht nicht die tollste Technik schon im Klassenzimmer hat. Dann wollen wir darüber reden, welche Aufgaben wir stellen können mit den Videos, also die didaktisch-methodische Seite ein bisschen beleuchten, speziell im Sprachunterricht, also für Fremdsprachenunterricht. Aber natürlich kann man diese auch für andere Fächer benutzen. Und dann, wie können wir diese Videos aufnehmen? Was natürlich jetzt besonders spannend ist für diesen Video-Wettbewerb mit Nadja. Wie können wir denn Videos gut aufnehmen und bearbeiten und dann veröffentlichen? Gut. Also, zuerst möchte ich gerne zum Thema Abspielen etwas zeigen. Und da habe ich jetzt gleich mal einen Link für euch. Es wäre super, wenn wir alle dieses Video einmal kurz angucken könnten mit diesem Link. Nadja hat mir das so schön vorbereitet. Und ich versuche, das jetzt einmal freizugeben. Wenn ihr auf diesen Link klickt, dann kommt ihr zu dieser Seite. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt alle gut sehen. Unsere Plattform. Und dann könnt ihr einmal hier auf Testlektion starten klicken. Und dann sollte dieses Video kommen. Das Video dauert ungefähr zweieinhalb Minuten. Also entweder ihr schaut hier bei uns mit oder ihr schaut es selber an. Und dann kann ich fragen, sollten wir auch das Audio hören, nicht wahr? Ja, hören wir aber nicht. Das Audio könnt ihr hören, wenn ihr es auf eurem eigenen Computer abspielt. Wenn ihr auf den Link klickt und Testlektion starten, dann ja. Bei der Bildschirmübertragung haben wir leider kein Audio. Also es wäre gut. Dann schauen wir nicht das ganze Video an. Ja? Genau, ok. Vielen Dank. 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 Ich muss verpassen, dass Kerstin wiederkommt und ich sie nicht sehe. Ja, Kerstin ist da. Dann machen wir jetzt sie wieder als Moderatorin. Und Kerstin wird dann weitersprechen. Mikrofon aktivieren. So, jetzt bin ich wieder zu. Ja. Gut, vielen Dank, Nadja. Entschuldigung für die kurze Unterbrechung. Gut. Das war jetzt ein Video und wir werden am Ende der Präsentation sehen, warum ich euch genau dieses Video gezeigt habe. eine Begegnung in Berlin, das ist aus einem Kurs Deutsch A2, Deutsch als Fremdsprache A2. Und es kommt jemand aus München nach Berlin und braucht ein bisschen Orientierung in der Stadt. Das war jetzt mal das Video. So, wie können wir jetzt dieses Video im Unterricht zeigen, also tatsächlich den Schülern und Schülerinnen zeigen? Und hier möchte ich ganz kurz unterscheiden zwischen kleinen Gruppen und größeren Gruppen. Wenn wir kleine Gruppen von Studierenden haben, also ich würde mal sagen, fünf Leute ungefähr, fünf, sechs Leute, dann kann man eigentlich ganz gut mit Tablets arbeiten. Tablets lassen sich zum einen gut einsetzen, wenn man einfach eines hat und alle können darauf schauen, weil es nicht so viele Leute sind und daran eventuell noch Lautsprecher anschließen, wenn das Audio ansonsten nicht so gut ist. Was man auch noch machen kann, ist, dass man über verschiedene Applikationen den Inhalt von diesem Tablet, was da abgespielt wird, auch auf andere Tablets überträgt. Das heißt, ich bringe als Trainerin mein Tablet mit, habe da eine Internetverbindung, kann damit auf ein Video zugreifen im Internet und kann dann über eine Applikation das mit den Tablets der Studenten teilen, wenn die auch eines dabei haben. Das eignet sich eigentlich ganz gut in Gruppen, die technisch sehr gut ausgestattet sind und die sich dann freuen, wenn sie ihr Tablet im Unterricht auch verwenden dürfen. Das ist natürlich aufregend und macht gleich nochmal viel mehr Spaß. Also hier wären jetzt als Beispiele AirDisplay, TeamViewer oder JoinMe. JoinMe ist keine Applikation, sondern eine Internetseite, wo man ganz einfach sozusagen einen Link freigeben kann und ohne sich zu registrieren, eigentlich können das dann die Studenten mitschauen und das ist wie eine Bildschirmübertragung. Das habe ich selber erst vor kurzem entdeckt und hat mir ganz gut gefallen. Und natürlich gibt es auch noch einige andere Applikationen, die dabei helfen können. Wenn man größere Gruppen hat, wird das natürlich dann schon ein bisschen komplexer. Das heißt, da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, das über einen Beamer zu zeigen. Also entweder ein Beamer mit einem Laptop oder man schließt ein Tablet an einen Beamer an oder ein Smartphone an einen Beamer. Es gibt da eigentlich alle Möglichkeiten und ich wollte jetzt ganz kurz zeigen, welche Verbindungen denn sozusagen nützlich sind, was wir wissen sollten und wie wir am ehesten alle unsere Geräte mit einem Beamer verbinden können. Es gibt mal zwei wichtige Verbindungen. Das eine ist die VGA-Verbindung und das andere die HDMI-Verbindung. Ich zeige euch das jetzt gleich mal. Zum Beispiel, wenn wir ein Smartphone mit einem Beamer verbinden möchten, brauchen wir meistens ein Micro-USB oder ein Mini-USB-Kabel für das Handy, für das Smartphone und dann auf der anderen Seite ein HDMI-Kabel, um das an den Beamer anzuschließen. Wenn wir einen Laptop anschließen möchten, dieses Kabel kennen wahrscheinlich viele von euch, brauchen wir eine VGA-Verbindung. Da müssen wir einfach schauen, ob unser Laptop auch diesen Anschluss hat und das kann man dann direkt an den Beamer anschließen. Bei Apple-Produkten gibt es mehrere verschiedene Anschlüsse. Das ist zum einen mal für ein MacBook das sogenannte Mini-Displayport, wie er hier auch aufgezeichnet ist und angezeigt wird. Und auf der anderen Seite ist wieder der VGA-Anschluss für den Beamer. Bei einem MacBook Air braucht man wiederum einen anderen Anschluss und zwar den Micro-DV-I-Anschluss. Man sieht hier, der sieht so ein bisschen anders aus und wie der VGA für den Beamer. Beim iPad ist es dieser Anschluss, der Dock-Anschluss, der 30-polige Dock-Anschluss. Und die neuen Apple-Produkte haben, viele von ihnen haben jetzt den Lightning-Anschluss, der dann auch wieder mit einem Adapter zu VGA mit dem Beamer verbunden werden kann. Was wir natürlich noch machen können, ist, dass wir, wenn wir einen Fernseher im Klassenzimmer haben, diesen Fernseher mit dem Laptop verbinden. Also beim Laptop haben wir dann Internet, brauchen wir Internet. und dann kann man sie mit verschiedenen Steckverbindungen, zum Beispiel HDMI und an HDMI oder auch andere Verbindungen mit dem Fernseher verbinden und darüber die Videos zeigen. Was natürlich ganz toll ist, wenn man diese Tafel im Klassenzimmer hat, so wie Barbara auch gerade geschrieben hat, die interaktive Tafel, ein Smartboard, das ist natürlich perfekt. Da braucht man auch gar nicht lang irgendwelche Kabelverbindungen herzustellen. Da kann man direkt über das Smartboard auf eine Website zugreifen und das Video direkt abspielen. Sind auch meistens schon mit Lautsprechern ausgestattet in den Klassenzimmern und man kann direkt loslegen. Das sind also nochmal die verschiedenen Möglichkeiten. Also wie gesagt, am einfachsten ist es, wenn man ein Smartboard, eine interaktive Tafel hat, wenn man das aber nicht hat, was ja oft der Fall ist, dann kann man eine dieser verschiedenen Möglichkeiten anwenden. Es gibt natürlich auch noch mehr. Es gibt auch tatsächlich sehr kleine Beamer, die man sozusagen in die Tasche stecken kann und mitnehmen kann und an die Wand projizieren kann. Da hat man allerdings von der Lichtqualität, sind die meistens nicht so gut. Sie sind natürlich auch möglich, aber tatsächlich ein bisschen teuer, wenn man das also selber als Trainer besorgen muss, ist wahrscheinlich der Aufwand ein bisschen groß. Und die Qualität dann tatsächlich für den Preis vielleicht nicht unbedingt die beste. Besonders wenn es um Videos geht, wo man doch die Farben sehr schön sehen sollte und die Leute, die Menschen, die Gesichter eigentlich gut sehen sollte, eignen sich dann doch eigentlich andere Geräte besser, würde ich sagen. Gut. Das waren jetzt mal die verschiedenen Möglichkeiten, wie wir das tatsächlich zeigen können. Und die Frage ist natürlich jetzt, was machen wir dann, wenn wir das Video gezeigt haben oder was machen wir vor dem Video, nach dem Video? Und da wollte ich über ein paar Möglichkeiten sprechen, die Aufgaben, die wir den Studierenden stellen können. Was natürlich immer sehr wichtig ist, ist, dass die Studierenden den Kontext erfassen können und das dauert meistens ein paar Schritte. Das heißt, ein Video einmal abzuspielen ist auch meistens nicht genug. Also zwei bis drei Mal ist ganz normal, vor allem, wenn es ein Video ist, wo die Sprechgeschwindigkeit eine authentische Sprechgeschwindigkeit hat. Das heißt, um den Inhalt Schritt für Schritt erfassen zu können, kann man zum Beispiel mal die Szenen in eine richtige Reihenfolge bringen lassen, nachdem man es einmal angesehen hat, vielleicht Fotos ausdrucken und sie in die richtige Reihenfolge bringen lassen oder Textepisoden zuordnen lassen. Wir haben zum Beispiel auf unserer Plattform von LinguaTV immer ein Transkript von jedem Video, das man sich als PDF herunterladen kann. Und dann kann man das zum Beispiel in einzelne Teile schneiden und den Studierenden geben, dass sie erst mal das richtig in die richtige Reihenfolge bringen müssen. Was man auch machen kann, ist, den Film noch einmal in kleinere Szenen zu unterteilen. Also dieser Film hat ungefähr zwei, zweieinhalb Minuten gehabt, aber trotzdem gibt es noch einzelne Episoden, einzelne Themen, wie man den Film noch einmal unterteilen kann. Und diesen Szenen kann man noch einmal neue Titel geben und die Studierenden wirklich motivieren, sich da kreativ noch einmal unter Überschriften auszudenken. Dann kommen wir schon zu den Charakterisierungen. Das macht vielen Studierenden immer besonders Spaß, wenn sie sich überlegen können, wie ist denn diese Person eigentlich, die wir gerade gesehen haben. Man hat sie nur sehr kurz kennengelernt. Welche Charaktereigenschaften könnte sie haben? Da kann man sehr gut Wortschatztraining für Adjektive und Adverbien machen, wenn man Sprachen unterrichtet. Man kann das mündlich machen, man kann das schriftlich machen, im Plenum machen, in Gruppen machen. Da gibt es eigentlich alle Möglichkeiten. Und ganze Texte schreiben lassen eigentlich. Da haben viele Studenten immer sehr viel Spaß dabei. Gut, dann komme ich jetzt zum Storyboard. Entschuldigung. Storyboard ist etwas, was in der Videoproduktion auf jeden Fall eine sehr große Rolle spielt. Also jetzt auch für euren Video-Wettbewerb sicher wichtig ist. Und was aber gleichzeitig den Studenten immer sehr viel Spaß macht. Und zwar ist es eigentlich eine sehr simple Aufgabe. Man gibt den Studenten ein Raster von quadratischen, leeren Flächen, wo nichts drinnen steht. Also wirklich nur die Quadrate, vielleicht sechs zusammen. Also drei nebeneinander. Und lässt sie die Geschichte, die sie sich ausdenken, die Geschichte, die sie als Film darstellen möchten, aufzeichnen. Das heißt, da wird auf dem Papier erstmal keine Sprache verwendet, aber natürlich muss darüber diskutiert werden. Das heißt, es ist ein sehr guter Gesprächsanlass. Es muss darüber diskutiert werden, welche Charaktere, welche Geschichte, wo, wie, warum und wann. Und dann muss auch darüber gesprochen werden, wie das denn aufgenommen werden soll. Also tatsächlich die Kameraperspektive. Was sehe ich und warum? Wie baut sich so ein Film auf? Macht es denn Sinn, wenn ich zuerst nur die Beine sehe und dann die Tür sehe? Wie ist da die Verbindung? Diese Art, dieser Prozess ist ein sehr spannender Prozess. Das mit den Studierenden zu machen, ist meistens sehr viel Spaß, weil sie das Gefühl haben, sie können total kreativ sein. Sie können, also sie haben nicht nur das Gefühl, sie dürfen es ja auch wirklich. Und sie haben sehr viel Freiheit. Ja, und das ist für die meisten immer sehr motivierend. Und man muss da aber gar keine Angst haben, dass da vielleicht zu viel Freiheit ist und vielleicht nichts dabei herauskommt, weil das ist eigentlich noch, also da habe ich nur gute Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, alle, die das schon mal probiert haben, ebenso. Und daraus, das ist sozusagen dann die Basis für den tatsächlichen Film. Das heißt, das Storyboard nimmt man dann auch so und nimmt es als Anleitung dafür, was man dann aufnimmt. Und das hilft dann auf jeden Fall sehr viel, wenn man dann die Kamera oder das Smartphone in der Hand hat, nochmal zu wissen, okay, jetzt muss ich sozusagen von dieser Perspektive filmen, jetzt muss ich den Kopf sehen, jetzt muss ich die Beine sehen und ich darf nicht vergessen, ein Schnittbild aufzunehmen, wo man nur das Haus sieht und sonst niemanden, weil das brauche ich auch, um die Geschichte zu verstehen. Gut. Genau, also Nadja fragt jetzt nochmal, alle Szenen sollten gemalt werden. Also ich würde sagen, das kommt ganz auf den Unterricht an, wie viel Zeit man hat, wie viel Detail man da hineinstecken möchte oder kann. Also es muss natürlich jetzt nicht jede einzelne Szene aufgemalt werden, weil man kann ja dazwischen auch noch so ein bisschen Freiraum lassen, dann bei der tatsächlichen Produktion. Also wenn man eine wirkliche Filmproduktion macht, dann ist es natürlich was anderes, dann muss das schon detailliert sein. Wenn man das im Unterricht macht, bin ich da immer so ein bisschen lockerer, weil tatsächlich, wenn etwas fehlt, dann ist es nochmal ein Anlass, kreativ zu sein und nochmal ein Anlass, das auszudiskutieren, wenn man wirklich die Kamera in der Hand hat. Für ein Storyboard ein Muster, das kann ich gerne machen. Das ist tatsächlich, also hier auf dem Foto könnt ihr das ja sehen, man kann auch sehen, man muss jetzt nicht sehr begabt sein beim Zeichnen. Also das habe ich gemacht, das ist jetzt nicht die große Zeichenkunst, das soll sozusagen das Storyboard sein, nachgemacht für den Film, den wir gerade gesehen haben. Am Anfang sieht man die Beine, dann sieht man die Tür, dann sieht man Katja und Alex, wie sie zusammenstoßen, dann sitzt Katja am Boden, dann sitzen beide am Boden, also nochmal von weiter weg und dann sprechen sie miteinander. Das heißt, das Muster wäre sozusagen wirklich nur diese Quadrate. Das kann ich gerne entwerfen und auch euch schicken. Vielleicht kann ich das Nadja schicken und sie kann das weiterleiten. Gut, was kann man noch machen? Wenn man einen Film angeschaut hat und mit einem Video arbeitet, kann man die Studierenden das nachstellen lassen. Und zwar, was ganz lustig ist, das hat mir eine Kollegin von mir verraten, die auch hier bei Lingua TV arbeitet, ist ein Standbild nachzustellen. Was heißt das? Das heißt, wir spielen nicht die ganze Szene nach, es ist nicht Schauspiel, sondern wirklich nur wie ein Screenshot, wie quasi ein Moment aus dem Video. Und das ist natürlich auch wieder etwas, wo man vorher darüber diskutieren muss, welche Szenen nehmen wir und so weiter. Wer nimmt welche Rolle ein? Wer stellt sich wohin? Welche Grimasse muss ich schneiden? Was mache ich mit meinen Händen und mit meinen Beinen? Und was dann natürlich super funktioniert, ist immer, wenn man kleine Teams bildet und jedes Team eine Szene darstellt, die anderen wissen nicht, was die anderen machen. Und wenn man das dann vorstellt, müssen alle anderen raten, um welche Szene es sich handelt. Das ist für die Leute, die vielleicht ein bisschen schüchtern sind, ein bisschen introvertiert sind und nicht gleich als Schauspieler vor allen Leuten sprechen möchten, sehr schön. Die müssen eigentlich, ja, dürfen sich so ein bisschen zurückhalten, können einfach nur dastehen. Das ist eigentlich für niemanden ein Problem und gleichzeitig ist es trotzdem sehr lustig und ist wieder ein Anlass, über den Inhalt zu sprechen und so weiter. Am Ende kann man das natürlich als Foto aufnehmen oder den ganzen Prozess, den ganzen Prozess, wie sich das Standbild entwickelt, während der Diskussion als Video aufnehmen. Wenn ihr solche Sachen macht, ich komme dann nachher noch dazu, wie man es ganz einfach ins Internet hochlädt. Ich glaube, das ist immer schön, wenn man sich das angucken kann und ich schaue es mir auch gerne an. Wenn ihr irgendwas nachgestellt habt, freue ich mich auch, wenn wir uns das angucken können. Gut, und dann komme ich schon zur letzten Aufgabe, mal von meiner Seite, und das ist dann das tatsächliche Nachspielen einer Szene. Das kann man dann natürlich als Video aufnehmen und das ist eigentlich die komplexeste Aufgabe, die man stellen kann. Vielleicht braucht man auch vorher die Aufgaben als Vorentlastung, natürlich über die Vokabel zu sprechen und vielleicht vorher das Standbild zu machen, um dann tatsächlich die Szene nachzuspielen. Und hier haben wir jetzt ein Video, das ich euch gleich zeige, das ein paar Studenten von Katja und Alex nachgespielt haben. Das Video findet ihr auch auf YouTube. Und alle, die das vielleicht jetzt über dieses Plugin sehen können, vielleicht, Nadja, kannst du das jetzt starten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Kerstin, du kannst jetzt sprechen. Ja, bitte. Okay, gut. Hat das funktioniert? Also, das Plugin hat nicht funktioniert, glaube ich. Man musste auf den Link klicken. Ich hoffe, ein paar Leute haben das Video, das Video ist auf YouTube, das Video ist auf jeden Fall sehr lustig. und die Jungs haben das Video ist auf jeden Fall, das Video ist auf jeden Fall sehr lustig. habe. Man kann mal zu Beginn die Szenen in die richtige Reihenfolge bringen lassen, vielleicht mit Bildern und Fotos mit Screenshots von Szenen, vielleicht mit Textausschnitten, mit dem Transkript. Man kann den Szenen unter Überschriften geben, also noch einmal eigene Titel für bestimmte Abschnitte. Charakterisierungen eignen sich eigentlich immer sehr gut und sind eigentlich eine größere Aufgabe, die auch mehr Zeit in Anspruch nimmt. Ein Storyboard ist das, wo man sehr kreativ sein kann, wo man tatsächlich eine sehr lange Unterrichtseinheit damit gestalten kann oder auch über mehrere Unterrichtseinheiten hinweg arbeiten kann. Das als Vorlage werde ich das Nadja schicken, die das dann weiterleitet. Und wenn da jemand eine Frage hat, könnt ihr auch jederzeit gerne ein E-Mail schreiben. Ich schreibe das dann vielleicht noch mal meine E-Mail-Adresse auch auf. Ein Standbild nachzustellen ist dann, wie gesagt, die Vorstufe zum Schauspiel, wo man noch ein bisschen weniger Zeit braucht und trotzdem das sehr lustig und sehr interaktiv ist und wo die anderen Gruppen raten müssen, welche Szene man hier gerade nachspielt und dann natürlich das Video nachzuspielen. Das ist dann immer die größte Herausforderung und am lustigsten und man lernt und übt zu sprechen. Gut, dann kommen wir jetzt zum zweiten Teil des Webinars und das ist, wie nehmen wir denn jetzt Videos am besten auf. Und zwar ist da jetzt die große Frage, würde ich mal sagen, welches Gerät benutzen wir? Brauchen wir eine Digitalkamera? Welche Digitalkameras sind leicht zu bedienen, schwer zu bedienen? Was sind Vor- und Nachteile? Und können wir vielleicht einfach ein Smartphone benutzen? Warum und warum nicht? Also ich habe hier mal eine Statistik zu Rate gezogen von Bitkom, die sagt, dass 55 Prozent der Smartphone-Besitzer in Deutschland eigene Videos aufnehmen. Das ist ja schon mal eine ganz gute Zahl. Das sind umgerechnet 21 Millionen Deutsche und 10 Millionen teilen diese Videos dann tatsächlich auch über soziale Netzwerke. Was heißt das jetzt für uns? Diese Zahl, ich kann das jetzt ehrlich gesagt schwer einschätzen. Ihr wisst das besser, wie das in euren Heimatländern ist, die ich sehe, kommt aus Russland, aus Ungarn, aus Italien, aus Griechenland. Ihr wisst das wahrscheinlich besser einzuschätzen, aber ich kann mir vorstellen, dass das in vielen Ländern eigentlich sehr gebräuchlich ist und wenn ich mir so die Facebook-Timeline anschaue, wie viele Leute Videos hochladen, ist das eigentlich der tägliche Standard, was Leute so machen. Und was bedeutet das für uns als Trainer? Das bedeutet, dass wir sie da abholen können, wo sie schon sind. Und das ist ja das eigentlich sehr Schöne daran, warum man das im Unterricht so gut einsetzen kann und warum Leute so gerne damit arbeiten und warum sie dann auch eigentlich am meisten lernen. Die Leute in ihrer Lebenswelt abzuholen, ist manchmal nicht so einfach, gerade wenn es immer neue Trends gibt und neue Technologien gibt und da ist der Einsatz von Videos und das eigene Arbeiten damit eigentlich eine super Alternative oder eine super Lösung. Jetzt zum Thema Smartphone und Handy. Also viele Handys können tatsächlich in HD-Qualität aufnehmen. Was heißt das? HD-Qualität sind 1280 x 720 Pixel. Und das ist eine auf jeden Fall ausreichende Qualität und super Qualität für, sage ich mal YouTube oder andere Vimeo, andere Kanäle, wo man schon eine sehr gute Qualität hat, eine sehr gute Auflösung hat von den Videos. Manche können sogar in Full HD aufnehmen, was dann 1920 x 1080 Pixel sind und was dann sozusagen eine wunderbare Auflösung ist. Was will ich damit sagen? Die Frage ist eben, wie gesagt, brauchen wir eine Digitalkamera oder reicht ein Smartphone? Bei den Digitalkameras kann man eben auch gucken, welche Auflösung nehmen sie auf. Nehmen sie HD oder Full HD auf? Welche verschiedenen Digitalkameras gibt es? Also das, was ihr hier seht, das Foto im Hintergrund ist eine digitale Spiegelreflexkamera, eine DSLR-Kamera, die nicht nur Fotos machen kann, sondern auch Videos. Also die meisten von den DSLR-Kameras, die man heute kauft, können auch schon Videos aufnehmen und zwar in einer wirklich, wirklich super Qualität. Also Full HD mit allen möglichen Einstellungen und wirklich Tipps, also allen möglichen Tricks und Filtern, die man dann auch drüberlegen kann. Was immer hilfreich ist, ist die Programmautomatik, wenn man nicht so viele Einstellungen machen möchte und ich glaube, für den Unterricht ist das völlig ausreichend. Die Digitalkameras nehmen auf eine SD-Karte auf, also eine Speicherkarte, eine SD-Karte. Das heißt, wir müssen die Daten von dieser SD-Karte auf den Computer bringen. Das heißt, wenn wir mit einer Digitalkamera aufnehmen, brauchen wir noch den Computer, um das Video zu bearbeiten. Meistens dann ein Schnittprogramm, also ein Programm, womit wir diese Videos dann schneiden können. Und da ist es dann tatsächlich so, dass es schon ein bisschen komplizierter wird, je nachdem, welches Betriebssystem man hat. Bei Apple gibt es ja das iMovie, wo ich ehrlich gesagt gar nicht so viel darüber sagen kann, weil ich dasselbe nicht nütze. Aber ich habe mitbekommen, dass es manchmal mit dabei ist. Und dann bei, ja, je nachdem, welches Betriebssystem, wie gesagt, gibt es verschiedene Schnittprogramme. Damit muss man sich dann tatsächlich auseinandersetzen. Das heißt, es ist einfach ein extra Zeitaufwand und auch ein extra Aufwand, diese Videos zu schneiden. Da muss man sich überlegen, möchte ich das übernehmen? Möchte ich diese Aufgabe übernehmen als Trainer? Oder kann ich das an die Studenten abgeben, weil wir in der Schule Computer haben, wo man diese Programme installieren kann und das noch zusätzlich als eine Aufgabe gibt? Wenn man eine DSLR-Kamera benutzt, also eine der größeren, sage ich mal, Spiegelreflexkameras, braucht man ein Stativ. Warum? Wenn ich diese Kamera in der Hand halte, werde ich automatisch ein bisschen zittern und das ist nicht so gut fürs Bild. Das heißt, ich brauche auch noch zusätzlich ein Stativ dafür. Und dann kann ich ein externes Mikrofon kann man anschließen an DSLR-Kameras. Das ist sehr gut für die Tonqualität. Das kann man zum Beispiel oben, also oben auf die Kamera drauf, wo man auch einen extra Blitz draufstecken kann, kann man auch ein Mikrofon draufstecken und hat dann eine sehr gute Tonqualität, wenn man Dialoge aufnimmt und Gespräche aufnimmt.